Jo Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren von der Server wird gestartet nein Spaß Minecrafts wechselt natürlich und ja Jollen wir das mal drauf und hoffen haben wir mal ein Schwer sofort ausgerüstet falls mich irgendjemand sofort angreifen sollte Nö, dieses Mal Ruhe Dieses Mal bin ich auch wieder alleine Ich versuche das mal immer circa abwechselnd zu machen Den die ganze Zeit immer irgendjemanden dabei ist jetzt auch nicht unbedingt meine Aufgabe Zuletzt hatten wir ein bisschen gefarmt und haben somit einige Essenzen Leider nicht die Essenz damit ich die ganzen Kram auch zusammenbauen kann Aber es wird noch kommen aber die Sache ist ich hatte ja geplant den Boden hier unten Aus Basalt zu machen das Problem an der ganzen Sache ist ich habe keinen Basalt gefunden Aber es gibt was was ich unbedingt gerne mal wissen will Ähm, genauso wie ich brauche Federn, ich will keinen Fallschaden mehr kriegen So Was da is this What zum Kuckuck, ich will wissen was das hier Cracked Sand Moment Set So Und dann haben wir das haben wir Kann man daraus nichts Ach, sauber gemacht ist es wieder das andere, okay Ich dachte, kann man irgendwas draus machen Ich sehe gerade mal, ich will mal eine Baumart fällen Ich will mal wissen, welche Baum-Sorte man da rauskriegt Nein, wie gesagt Ich versuche das immer so zwischendurch im Wechsel zu machen Zwischen mal alleine und mal mit Leuten zusammen Weil Es ist ein Gemeinschaftsprojekt Das heißt natürlich, dass ich Nicht nur alleine den ganzen Kram aufnehme Auch wenn ich mal sehr viel in Vorproduktion mache So, was für ein Holz kriege Oh Das ist eine schöne Holzfarbe Dann baue ich das weiter ab So Dann nehme ich daraus den Server-Lex Ne, doch, das schon Ähm Und Ihr könnt ja In die Kommentare posten Ich kann ja entscheiden, wen ich einfügen würde Es muss ja nicht unbedingt jetzt Einer sein, der Mitspielt Sondern einfach auch mal so dabei ist Kommentator-Kommentar-Kommentar-Kommentier-mäßig meine ich Und Da ist mir die Grenze Offen Sprich, schreibt mal in die Kommentare, wen ihr so wollt Natürlich von Leuten, die ihr über meinen Kanal hier schon kennt Jetzt kommt mir hier nicht mit Wünschen wie Lad mal Kronk zu dir ein Oder Sollte natürlich was sein Was auch Möglichst Möglich ist Ne So, gehen wir mal erst mal pennen Zack W-w-w-w Es ist sowieso keiner Um es selber aus Ich Äh Ich nehme mich mal wieder zu komischen Zeiten auf Dass ich schon wieder Keiner irgendwie mal Bock Naja, nicht Bock Keiner irgendwie Zeit hat Oder selber nicht gerade beim Aufnehmen ist Es wird sich wohl nie so ändern Aber hey Ich habe mir übrigens Eine Idee einfallen lassen Wie ich das hier mit der Höhle mache Aber das werde ich dann erst soweit vorbereiten Wenn es soweit ist Ich warte Ich brauche Erde Erde, Erde, Erde Habe ich nicht mehr genug gemacht Ich habe ja Off the Week jetzt Irgendeiner der letzten Parts Ein bisschen Erde gegeben Ähm So Höhlen Äh War so klar So Und Hep Wie gesagt Eigentlich Eine Höhle Ein Lager zu bauen Ist eigentlich eine dumme Idee Aber Okay Kann man nichts machen Muss man mit Leben Und deswegen Was wir übrigens auch machen können Jetzt seid ihr vollends Habt ihr vollends viel zu tun Ihr könnt in den Kommentaren mal schreiben Nebenbei Natürlich Wen ich dabei haben möchte Und Über was ich so Reden soll Ich meine Ich grüte Ich habe meine Stevie mal ernst Reihen Wenn das jetzt so Sachen sind Die jetzt gut In 20 Minuten Part Passen könnten Dann nehme ich das natürlich auch dann auf Ne Also Nur falls ihr eine Idee habt So Ich sollte schnell das Lager wieder ausleuchten Sonst habe ich Besucher hier Das heißt das machen wir mal kurz So Zack 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 So Ich komme mir so klein vor Wenn der Boden hier fehlt Okay Gut das Of the week Ich glaube das war er Die Höhle Zugebaut hat mit Sagt mal schnell Glas Weil Wenn jetzt jemand hier Die Höhle öffnet Kommt er direkt in mein Lager rein Und Das muss ja nicht sein Du Fakken Kommst mal mit So Ihr merkt übrigens Das Chills Was ich ja jetzt Für ihn mal behalte Auch wenn ich jetzt sterben sollte Genauso wie mein Schwert Ihr seien hier echt Recht Recht effektiv Gegen die Viecher Dass ich eigentlich Mich wirklich mal An Sachen An Sachen Wagen könnte Das heißt dann sollte ich Das auch bald mal Tun Jetzt sollen wir mal kurz gucken Ja Farbmäßig Lässt sich damit Gut Ja doch Gut arbeiten Komm schon So Ich sollte Ich sollte übrigens immer noch Mein Haus Fertig bauen Als irgendwie Mit meinem Lager Hier Ich lebe mit einem Offenen Haus Aber mit einem Fertigen Türenraum Und Einem Wie soll ich sagen Wert Auftauchendem Lager Lame Also Ich Bin bescheuert So Ich nehme jetzt mal nochmal ein ganzes Stack Mit einem Stack Müsste ich erstmal auskommen Vielleicht kann man damit Noch irgendwas Anderes machen Wer weiß Wer weiß Wer weiß Ich meine Ich kenne ja immer noch Nicht alles Aber ich denke mal Dass man da bestimmt Was Mitmachen kann Und so wie es aussieht War so ganz Stack zu viel Aber gut Ein bisschen Holz noch Ich habe einen Hellen Boden Gut Jetzt ist die Frage Was war es mal Eigentlich die Rückwand Kabelstone Gucken uns das mal an Wie das denn damit aussehen würde Wenn ich Da so Kabelstone Hinterklatschen Würde Ich meine Wir kennen alle Kabelstone Das ist So ist das ja nicht Aber Es kann ja immer sein Dass das damit Sogar Irgendwelchen Tatschen Dieses Lager Einfügt Richtig Ja Etwas Gut Ihr könnt natürlich Immer noch Eure Tipps geben Wie ihr es Wie es Ihr selber Machen würdet Vielleicht werde ich Sogar auf die Tipps eingehen Kann ja sein Kommt immer Darauf an Ob ich Ob sie sich Erstens Umsetzen lassen Zweitens Das da Sehe ich nicht ein Zack Zack Ist in Ordnung So Und Ob es auch gut Zusammenpasst Ich selber bin jetzt Bautechnisch Nicht der Allerbeste Muss ich da mal So sagen Aber Ich entwickle mich ja noch Auch wenn ich schon Minecraft Seit der Beta Eins Äh Ja Eins Sechs Sechs Spiele So Diese Erze Hier Ich müsste eigentlich Die Erze Erst abbauen Bevor ich mein Lager Fertig baue Ne Wobei Was soll ich Bis jetzt damit Okay Ich kriege damit Ein paar EP Das ist ja nicht Die Sache Aber Wofür Soll ich es denn Sonst noch Nutzen Das Weiß ich halt nicht Wie gesagt Das mit dem Mit der Höhle Geht mir ein bisschen Auf den Geist Und den Ofen Hier oben Reiß ich jetzt ab Mir geht es auch Um Sack Dass ich den Hier oben habe So Dann habe ich den Hier unten Etwas Griffbereiter Platziere ich Erst einmal Hier hinten Der wird natürlich Umplatziert So Ich brauche Sand Ich glaube ja Und Kohle Ich muss mal wieder Kohle fahren Wobei die Idee Bringt mir nichts Wenn ich hier sowieso Dingens vorsitze Lassen wir das Weil ist eine scheiß Idee So Ich habe ja sowieso gesagt Dass ich diese Höhle hier Teils Zubauen möchte Und tue ich das Jetzt hiermit auch Teils Immer ich mit meinem Teils So komm schon So Damit lässt es doch Arbeiten Und mein Handy vibriert Zack Zack Gut Dass hier Ich nicht auf Makellose Bausachen Arbeiten muss Ich brauche noch ein bisschen Erde Erde Habe ich echt Keine Acht Ich habe sonst keine Erde mehr Das wird nicht super Aber gut Ich hätte nie gedacht Dass ich irgendwann mal Einen Erdmahl bekomme Dass sowas auch mal in Minecraft existiert Das was mit Eines der meisten Erze ist Geht mir flöten Finde ich ja bombastisch Gut Jetzt haben wir ein bisschen Erde nochmal Upp Ne Meine Idee Die ich hatte War Dass ich da wo die Höhle ist Glas hinsetze Aber rein technisch Also rein Logikmäßig geht das gar nicht Denn Da ich da Truhen ja vorsetze Bringt das Glas mir ja gar nichts mehr So Ich habe sonst Also ich habe jetzt Teils Idee Wie das Lager aussehen soll Wow Also ich baue mir hier Ideen zurecht Die waren so gar nicht geplant Nice Dann habe ich jetzt auch schon mal eine weitere Idee Die habe ich auf Ich habe mal die Pocket Edition von Minecraft Und da habe ich diese Idee schon selber Habe ich auch schon Habe ich die Idee auch schon gemacht Die ich jetzt gerade Verzufallig jetzt Gebaut habe Und zwar Und zwar Warte ich schon mal Ja Dass ich hier so einen Durchgang baue Was eine coole Idee ist Deswegen werde ich das hier auch verwirklichen Dann habe ich nämlich so weit Die Idee in alle Richtungen zu laufen Dann kann ich nämlich sogar Ich brauche Habe ich noch Treppen? Nein Zwei Aber ich kann noch welche kraften Das ist nicht das Problem Zack Zack Äh Workbench Ich hoffe die reichen Bei mehr habe ich jetzt erst mal nichts Ach Ach Verdammt Diese Technik der Umgedrehten Habe ich nicht noch vielleicht ein paar Stein Zwiegel? Bitte Ich brauche nur noch ein paar Jetzt muss ich ernsthaft dafür zwei Steine brennen Äh Ein paar Steine brennen Na toll Okay Ungewollterweise Werde ich damit aufgehalten Aber Meine weit passende Idee dafür ist dann Dass ich hier Äh Da oben jetzt nicht Aber Workbench Workbench So Und zwar die Workbench Packe ich hier unten hin Und hier oben vier Öfen Die Öfen crafte ich mir jetzt mal eben noch Das dürfte in dem Party jetzt noch drin sein Eins Zwei Drei Der vierte Ofen ist ja gerade noch in Benutzung Zack 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 Und da oben Packe ich das in wie ich das Lager ausbauen will Was sagt die Zeit Ja ich lege gut in der Zeit So dann haben wir das auch fertig Wieder zwei Treppen die ich nicht brauchen kann Und Können wir noch Nein Komm schon Gib mir die Treppe Danke Ach komm schon Das ist heute nicht dein Ernst Minecraft Muss ich echt hier so Okay Und Fackel Vielleicht die gerne in mir hier immer platziert haben möchte Deswegen sind die hier auch ein bisschen Falsch platziert Ich werde Ich bin zwar noch nicht ganz 40 Aber es soll ja schon mal ein Grunddesign existieren So wo ist der Ofen Da Ofen Jetzt ist da oben eine schwarze Stelle Aber gut War abzusehen Aber so langsam das Lager kriegt Gestalt on Ich bin gut Ähm Die Decke hier mache ich denke ich mal aus Cleanies Und Was der Rest wird Werde ich dann schon schauen So Dich will ich nicht haben Ich brauche das Gib mir mal Oakwood Ja Genau deswegen brauche ich Oakwood Ha 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 Habe ich eigentlich nicht noch irgendwelche Nein Den krafte ich jetzt Was schaffe ich noch in diesem Part Auch wenn der Part langsam zu Ende ist Zack Neunzentruhen Ich muss übrigens noch dahinter So Ich weiß es gibt diese Hier Zeige ich noch Diese besonderen Chests hier Die werde ich auch machen Aber Dafür muss ich mir jetzt mal erst anschauen Auch wie sie aussehen Gut Leute Ich würde mir jetzt auch sagen Das war es dann mit diesem Part Wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn das wieder heißt Minecraft zweckset Seht ihr zum ersten Mal Wie ich mich aus dem Bild hier auslogge Bis dahin und Ciao Ciao